Der Lacky hat gerade gesagt, es wäre gut, dass die Schiedsrichterkasse hier am Westfalenstadion schwarz-gelb ist, weil nur noch die drei Punkte fehlen würden. Solche und noch, noch geilere, völlig geschmacklose und degutante Bemerkung im neuen Podcast von Lacky und Fred, den man ganz oft hören kann, bis hier im Westfalenstadion der Lacky aus Bochum wieder anständigen Fußball schauen darf. Lacky und Fred